YouTube-Videos und Musik auf dem iPhone im Hintergrund abspielen lassen ist eine extrem praktische Funktion und in diesem Video möchte ich euch gerne drei Methoden zeigen, wie das Ganze mit iOS 16 funktioniert. Wenn du keine iPhone-Tipps und Tricks mehr verpassen möchtest, dann lass jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch jetzt direkt nach dem Intro drei Methoden, wie ihr ganz einfach YouTube-Videos und Musik im Hintergrund abspielen könnt und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Starten wir auch direkt mit der ersten Methode und zwar mit YouTube Premium. Das Ganze kann man als zusätzlichen Dienst für YouTube abonnieren, kostet auf dem iPhone 11,99 Euro im Monat und dann bekommt ihr einige zusätzliche Funktionen, die auf jeden Fall sehr praktisch sind und ihr habt eben auch die Möglichkeit ganz einfach Videos im Hintergrund abzuspielen. Das heißt, wenn wir hier jetzt einmal ein Video auswählen, dann können wir das hier ganz einfach starten und dann auch schon die YouTube-App verlassen und das Bild wird hier in der Bild-in-Bild-Funktion ganz einfach weiter abgespielt. Wir können das Video uns hier weiter anschauen und können es natürlich auch hin und her schieben, können natürlich eine andere App aufrufen und so weiter. Also das ist alles hier direkt möglich und sehr unkompliziert. Also das ist im Endeffekt der einfachste Weg. Allerdings kostet dieser natürlich dann entsprechend auch, wie bereits erwähnt, etwas Geld im Monat und 11,99 Euro finde ich dann doch schon ganz schön viel. Ihr könnt unter anderem übrigens auch Videos herunterladen, was natürlich sehr praktisch ist, aber da muss man dann natürlich am Ende schauen, ob einem das Ganze wirklich 11,99 Euro im Monat wert ist, dass man eben so ein paar zusätzliche Funktionen bekommt, die YouTube einem bietet. Ihr könnt übrigens nicht nur die Bild-in-Bild-Funktion nutzen, sondern natürlich auch nur den Ton im Hintergrund abspielen. Wenn ihr das lieber möchtet, wenn ihr zum Beispiel Musik hört oder einen Podcast oder ähnliches, dann ist das ebenfalls möglich, wie ihr seht hier im Kontrollzentrum, kann ich das Ganze ganz einfach aktivieren und dann eben im Hintergrund abspielen lassen. Wenn ihr euch ein YouTube-Video anschaut, dann geht das natürlich am besten im Querformat. Dabei helfen kann euch der ESR HaloLog Geo Wallet Stand. Wählen könnt ihr dabei zwischen den Farben Schwarz und Braun. Dieser bietet unter anderem eine Stand-Funktion, um Videos im Hoch- oder natürlich auch im Querformat anzuschauen. Außerdem gibt es auf der Rückseite eine Schlaufe zum sicheren Festhalten, genauso wie extrem starke HaloLog-Magneten, zweimal stärker als die MagSafe-Magneten von Apple. Das ist besonders im Alltag praktisch, da das Wallet so nicht immer vom iPhone abrutscht. Im Wallet ist Platz für eure drei wichtigsten Karten, die ihr so immer mit dabei habt. Zum Beispiel für eine Bankkarte, euren Personalausweis und euren Führerschein. Und apropos sicher, dank offizieller Apple Find My Integration könnt ihr das Wallet jederzeit orten, solltet ihr es mal verlegt haben. Und einen Ton kann das Wallet ebenfalls ausgeben. Den integrierten Akku müsst ihr dazu nur alle drei Monate aufladen. Solltet ihr Interesse haben, schaut jetzt gerne mal unten in die Videobeschreibung. Aktuell könnt ihr beim Kauf dank Early Bird Angeboten nämlich richtig viel Geld sparen. Kommen wir nun zur zweiten Methode und diese eignet sich leider nur für Ton. Bild in Bild ist nicht möglich, aber für Musik, Podcasts und ähnliches funktioniert das Ganze auf jeden Fall sehr gut. Dazu öffnen wir einmal den Safari Browser und hier können wir jetzt ganz einfach ein YouTube Video abspielen. Ich habe jetzt wieder beispielhaft eines von mir ausgewählt und hier kann ich jetzt das Ganze auch einmal vergrößern. Und wenn wir hier jetzt einmal rauftippen, dann sehen wir hier diese Bild in Bild Funktion. Die können wir auswählen, allerdings funktioniert sie leider nicht. Was aber funktioniert ist, nachdem wir einmal auf diese Bild in Bild Funktion getippt haben, dass wir dieses Video hier jetzt oben im Kontrollzentrum sehen und hier entsprechend auch wieder aktivieren können. Also das ist eben die Methode, die wir hier verwenden können. Wir können jetzt eben dieses Video hier weiterhin im Hintergrund abspielen, was auf jeden Fall für Musik, für Podcasts und so weiter sehr praktisch ist. Nur die Bild in Bild Funktion funktioniert leider nicht, aber für jeden, der vielleicht wirklich nur Musik hören möchte, Podcasts oder sich einfach nur ein Videoton im Hintergrund anhören möchte, für den ist das auf jeden Fall ebenfalls eine sehr schöne Methode, vor allem, weil es eben kostenlos ist und innerhalb weniger Schritte funktioniert. Für die dritte und letzte Methode benötigt ihr eine App und zwar x.app. Diese ist kostenlos und ihr findet sie auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn wir die jetzt einmal öffnen, dann bietet diese uns mehrere Möglichkeiten. Zuallererst haben wir hier direkt die Möglichkeit eine URL hinzuzufügen und das Ganze funktioniert übrigens nicht nur mit YouTube, sondern im Grunde genommen mit jeder Plattform, wo ihr Videos abspielen könnt und hier könnt ihr dann eben entsprechend ganz einfach eine URL eingeben. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit für Picture in Picture oder eben für den Fullscreen-Modus hier ganz einfach Aktionen hinzuzufügen und das funktioniert einmal hier über diesen Extension Picker. Dort tippen wir einmal rauf und daraufhin können wir hier einmal unten auf Edit gehen. Also hier können wir unsere Aktionen bearbeiten und hier solltet ihr eben diese X-Video Fullscreen und X-Video Picture in Picture ganz einfach aktivieren, so wie das hier bei mir der Fall ist und daraufhin haben wir eben über das Teilmenü die Möglichkeit, diese Funktion zu nutzen über die X-App. Wenn wir nun nämlich zum Beispiel hier wieder in den Safari-Browser gehen und ein Video ausgewählt haben, dann können wir hier unten auf den Teilen-Button gehen und daraufhin scrollen wir hier einmal etwas weiter nach unten und finden dann eben hier auch diese Funktionen. Und hier können wir jetzt ganz einfach Picture in Picture auswählen und daraufhin funktioniert das Ganze auch schon. Wie ihr seht, wird hier die Bild-in-Bild-Funktion eben aktiviert und daraufhin könnt ihr auch schon direkt den Safari-Browser verlassen und habt eben die Möglichkeit, dieses Video hier weiterhin im Hintergrund abzuspielen und das Ganze eben relativ unkompliziert mit einer ganz einfachen App und so könnt ihr eben das Ganze verwenden, könnt natürlich auch andere Apps öffnen, wie hier zum Beispiel wieder die Einstellungen. Also das ist alles möglich, funktioniert sehr unkompliziert und daher ist das Ganze auch sehr zu empfehlen. Ihr könnt diese Methode übrigens auch direkt über die YouTube-App verwenden, wenn ihr nicht über den Safari-Browser das Ganze aufrufen möchtet und dazu könnt ihr hier einmal auf den Teilen-Button gehen innerhalb des Videos in der YouTube-App und könnt hier einmal ganz nach rechts scrollen zu mehr. Dort geht ihr rauf und dann öffnet sich hier erneut das Teilmenü. Auch hier könnt ihr dann etwas nach unten scrollen und wählt dann hier eben Picture in Picture aus. Dann werdet ihr weitergeleitet in die X-App. Hier können wir dann eben das Ganze einmal akzeptieren und könnt dann hier auf Picture in Picture gehen und daraufhin dann hier ebenfalls die App verlassen und schon wird eben dieses Video hier auch in der Bild-in-Bild-Funktion abgespielt. Also das ist auf jeden Fall ziemlich praktisch, ziemlich einfach möglich und so könnt ihr dann eben auch die Bild-in-Bild-Funktion über die YouTube-App verwenden und müsst nicht zwingend über Safari gehen. Und auch hier ist es natürlich möglich, nur den Ton abzuspielen, wenn ihr zum Beispiel Musik oder einen Podcast hören möchtet. Das geht dann hier ebenfalls. Wie ihr seht, gibt es auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, die YouTube-Bild-in-Bild-Funktion zu nutzen oder auch Musik im Hintergrund abzuspielen und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte, dass eine der drei Methoden euch zusagt und wenn das der Fall war, dann würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir jetzt auf jeden Fall gerne eure Meinung zu den drei Methoden unten in die Kommentare und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!